Wie ich die Silber in der Tonhöhe und im Tonverlauf ausspreche, hat es eine andere Bedeutung. Wir schauen uns dann diese Silber an. M-A M-A Oben bleiben, anhalten. M-A Machen wir uns zusammen mit der Hand zusammen. M-A Das bedeutet Mutter. M-A Nach oben steigen, M-A Zusammen M-A Das heißt Hanf oder Pocken. Oder dritter Ton, wir machen einen Knick runter und rauf. M-A Zusammen M-A Pferd heißt das. Und vierter Ton ist richtig resolut, fast stampfend. M-A Zusammen M-A Schimpfen M-A Pocken Pferd Schimpfen Hören Sie sich das nochmal an. M-A 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 Und jetzt sage ich etwas. Hören Sie was raus. M-A 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 Das heißt, die Mutter schimpft mit dem Pferd.